Musik Wenn wir an das antike griechische Theater denken, meine Damen und Herren, dann kommt uns als erstes der Chor in den Sinn. Ein muschelförmiger Bau und darin ein Chor. Und in der Tat ist die Urform des Theaters eine Gesangs- und eine Tanzdarbietung. Eine Art Beschwörung, wenn Sie so wollen, in Rhythmen, eine Beschwörung in grälen, in schaurigen, in lockenden Tönen. Wenn wir an den Chor gedacht haben, dann erinnern wir uns an die großen Gestalten des antiken Theaters. An Agamemnon, an Orest, Elektra, Iphigenie, wie immer sie heißen. Sie waren Fixsterne am Himmel des Theaters. Sie waren Schiffen, wenn Sie so wollen, standen für bestimmte Formen der schicksalhaften Entwicklung. Aber sie waren Fixsterne. Und um diese Fixsterne zum Leben zu bringen, zu einer Bewegung zu bringen, bedürfte es einer gewissen dramaturgischen Revolution. Und für die steht ein Name, für die steht der Name von Eschilos. 525 geboren, ist damit älter als die beiden anderen großen Sterne des frühen griechischen Theaterhimmels als Sophoklos und Euripides. Eschilos war nun der Erste, der erkannte, dass es nicht nur Bewegung braucht, sondern dass Theater ein Fest für alle Sinne sein soll. Er schuf als erste Veränderung die Möglichkeit eines weiteren Darstellers auf der Bühne. Zuvor hatten wir den Chor und einen Darsteller. Seit Eschilos mit Eschilos gibt es mehrere Darsteller. Das heißt, das Geschehen wird sozusagen aus einer Zweidimensionalität in eine Dreidimensionalität umgesetzt. Und noch etwas anderes. Eschilos hat erkannt, dass Theater, Worte sind wichtig, aber das Theater nicht nur aus Worten besteht. Also war er der Erste, der so etwas wie Bühnenzauber schuf. Er führte Kulissen ein, er führte Kostüme ein, die hohen Kulturnen. Und er sorgte für Theatereffekte. Dafür ein kleines Beispiel aus dem Stück, das uns heute vornehmlich beschäftigen wird, aus der Orestie. Gleich zu Anfang sehen wir einen Wächter. Und der liegt und schaut so ins Publikum und klagt, wie alle Wächter auf allen europäischen Bühnen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden geklagt haben, dass das Leben langweilig ist, weil ein Feuer nicht aufhält. Das Feuer, was den Fall der Stadt Troja ankündigen soll, nie kommt dieses Feuer, klagt der Wächter. Jetzt aber, er klagt und klagt noch weiter, fängt hinter ihm plötzlich, ganz erst unmerklich, ein Feuer an zu glühen. Der Zuschauer merkt es, der Zuschauer weiß es vor dem Wächter und jetzt fängt das Theater an. Ein Zauberstück. Wer war nun dieser Eschilos und was war so etwa die Zeit, die ihn beschreibt und umschreibt? Gesagt, 525 vor Christus geboren und in eine Zeit hineingelebt, in der Athen zu seiner demokratischen Größe fand. Und zu dem Athen wurde, was wir heute noch im Rückblick verehren oder als Ideal empfinden, die athenische Demokratie. Es war gleichzeitig die Zeit der Auseinandersetzung mit den Persern. Die Perser machten den Athenern den Rang der Weltmacht streitig. Sie erinnern sich an verschiedene Kriege, an Schlachten, die Schlacht von Salamis oder die Schlacht von Marathon. Eschilos hat daran teilgenommen, denn er war nicht nur Dichter, er war auch Krieger. Das war damals nicht ganz ungewöhnlich. Auch Sophocles war Staatsmann, war Krieger und war Dichter. Damals nahmen Politiker die Dichtung eben ernst. Wie er ausgesehen hat, also wie Eschilos ausgesehen hat, das wissen wir nicht genau, weil die Büsten, die von ihm entstanden sind, erst nach seinem Tod angefertigt wurden, fast 100 Jahre nach seinem Tod. Deswegen sind sie sozusagen ideale Verkörperungen. Das heißt, er hat natürlich einen riesigen Bart, einen Vollbart, weil er ist ja ein bedeutender Mann und steht Kraft und Saft des Lebens. Er hat eine zerfurchte Stirn, denn er ist ein Dichter und Dichter, wie Sie wissen, denken ununterbrochen und das hinterlässt Spuren auf der Stirn. Das Grundthema von Eschilos ist die Frage der menschlichen Schuld, der Verstrickung des Handelns. Wie kommt schuldhaftes Handeln zustande und wie ist es möglich, den Sinn des Lebens zu erkennen? Das hat folgende Pointe. Wir wissen nicht, warum wir handeln, wie wir handeln. Die Götter greifen manchmal in unser Handeln ein, mal mitleidig, mal rächend. Aber der Plan des Lebens, der erschließt sich erst im Nachhinein. Die Götter wissen ihn vielleicht, wir wissen ihn vielleicht an unserem Lebensende, aber wir sind dem Schicksal unterworfen. Wir handeln und werden durch unser Handeln schuldig. Das zeigt sich ganz besonders in dem Drama der Orestie. Wenn man damals in Griechenland mit einem Theaterstück reüssieren wollte, dann brachte man es zur Aufführung während einer bestimmten Festspielzeit im Frühjahr. Das waren die dem Gott Dionysos geweihten Dionysien, also die Dionysien-Festspiele. Auch Eschelos zeigte hier seine Stücke. Anfangs fiel er durch. Er hatte keinen Erfolg, er hat darunter sehr gelitten. Aber das Leiden gehört nun einmal zum Leben eines erfolgreichen Dichters und aus dem Leiden wollte er etwas schaffen. Und so geschah es, dass 458 vor Christus er sein neues Werk, die Orestie, hier herausbrachte. Diesmal gewann er den ersten Preis. Er war 83 Jahre alt. Dichter konnte man damals noch im hohen Alter sein. Und zwar ein besonders guter Dichter. Zur Geschichte zum Stoff der Orestie. Wir befinden uns im ersten von drei Teilen. Im ersten Teil in Argon, am Hof des Königs von Argon. Wir sehen Glytemnestra, die Gattin des Agamemnon. Glytemnestra erwartet Agamemnon, den Sieger von Troja. Glytemnestra ist die Frau, aber sie hat sich inzwischen mit ihrem Vetter, mit Aegistus, zusammengetan. Aegistus ist nicht nur Korregent dieses kleinen Königreiches geworden. Er ist auch der Liebhaber von Glytemnestra. Denn Glytemnestra hasst ihren Mann, hasst Agamemnon. So im einfachen Grunde, um der Sieger von Troja zu sein, hat Agamemnon die eigene Tochter. Hat er Iphigenie opfern wollen und opfern lassen. Es hat sich historisch nicht genauso zugetragen. Das ist egal. Glytemnestra glaubt, sie sei unter der besonderen Verantwortung. Sie sei einfach damit beauftragt, den Mann umzubringen, die Mordtat an der gemeinsamen Tochter zu rächen. Agamemnon schreitet zum Palast. An seiner Seite eine schöne Frau, Kassandra, die Wahrsagerin und gleichzeitig seine Geliebte. Ein Umstand, den Glytemnestra auch nicht günstiger stimmt gegenüber ihrem Gatten. Die beiden kommen in den Palast. Glytemnestra greift zu einer Axt, zu einer Doppel-Axt, einem Ritualinstrument und erschlägt ihren Gatten und erschlägt die Geliebte des Gatten. Und dann zeigt sie die beiden Leichen dem Volk, dem Chor und versucht ihre Handlung zu erklären. Und auch Ergist versucht diese Handlung zu erklären. Doch das Volk will diesen Ausführungen nicht folgen. Man will schon auf der Stelle praktisch Ergist lünchen, aber Glytemnestra besänft sich das Volk noch einmal für diesen Tag, ist genug Blut geflossen. Aber das Volk gibt sich damit nicht zufrieden. Es erklingt ein Name, es erklingt der Name des Sohnes, es erklingt der Name von Orest. Der verschollene Orest soll die Tat, soll den Mord an seinem Vater büßen. Orest treffen wir im nächsten Teil. Er hat das Grab seines Vaters, das Grab von Agamemnon, besucht und trifft dort auf seine Schwester Elektra, die auf Geheiß ihrer Mama dort eine Opfergabe niederlegt. Sie erkennt den Bruder erst nicht, danach kommen sie aber darauf gut, wir sind Geschwister. Und Orest erzählt ihr, dass er gekommen ist, den Auftrag hat, nur zögerlich angenommen hat, aber den Auftrag hat, den Vater zu rächen. Niemand Geringeres als der Gott Apoll hat ihn dazu beauftragt. Sie begeben sich zum Palast. Orest hat einen Freund mitgebracht. Die beiden geben vor, sie seien Wanderer von irgendwoher, hätten aber auch verbürgte Nachricht, dass jener Orest, von dem so häufig die Rede sei, im Kampf gefallen sei. Er ist jedenfalls tot, Clytemnestra und Ergistus freuen sich, der Rächer ist offenbar von der Bildfläche verschwunden und in diesem Moment schlägt das Schicksal erneut zu. Auch die beiden werden erschlagen. Es ist also eine neue Bluttat passiert, die natürlich nach Rache schreit. Aber jetzt passiert etwas ganz Außergewöhnliches, etwas, was es in der Geschichte noch nicht gegeben hat. Die Tat wird nicht mehr von Einzelnen gesühnt, es sind nicht mehr Einzelne, die darüber entscheiden, wie das Schicksal weiter verfolgt wird. Es tritt ein Gremium ein. Das geschieht dadurch, dass die Göttin Pallas Athene angerufen wird und sie mischt sich ein und sagt, Schluss damit, wir führen ein Verfahren ein. In einem Verfahren mit mehreren Beteiligten wird darüber geurteilt, wer schuldig ist und wer nicht schuldig ist und was die Strafe sein soll. Ein klassisches Verfahren, in dem die einzelnen Beteiligten Steinchen in eine große Schale warfen und je nachdem, wie viele Steinchen sich sammelten für die eine oder für die andere Seite, war der Ausgang eine beschlossene Sache. Hier ist es so, dass die Beteiligten sich darauf nicht einigen können, wer schuldig ist. Auf diese Weise überlebt, oh Rest. Aber das Wichtige ist, wir haben etwas ganz Neues, wir haben die Einführung der Demokratie ins Theater, die Verherrlichung des demokratischen Gedankens. Und das ist eine radikale Neuerung mit all den Prozessen, die wir vorher kennen. Das ist der eine Punkt, weswegen wir Eschilos hochschätzen, verehren, als Neuerer eben auch des politischen Denkens feiern. Es gibt noch einen anderen Grund, der hängt damit zusammen, dass er ein Krieger gewesen ist. Er hat seine kriegerischen Erfahrungen, wir haben vorhin darüber gesprochen, in einem Theaterstück Lieder geschrieben, das heißt die Perser. Weil er eben gegen die Perser gekämpft hat, in den verschiedenen Schlachten dort viel Leid erfahren hat. Unter anderem hat er seinen Bruder verloren. Aber statt nun in diesem Stück sein Mütchen zu kühlen, den Gegner zu beschimpfen, anzugreifen, klein zu machen, ihn weiß der Teufel was als Schurkenstaat zu bestrafen oder zu verleumden, all das, was man heutzutage macht oder im 20. Jahrhundert so gerne macht, nimmt er den Gegner ernst und er betrachtet ihn voller Würde. Er schenkt ihm den Status eines Gleich, er schenkt ihm den Status eines Ebenbürtigen. Und das ist von aller großer Bedeutung, denn hier hat es keine Häme mehr, hier wird Humanität eingeführt. Die Humanität, die dazu führt, dass man den Feind achten muss und auch als Krieger ernst nimmt. Und jetzt lassen Sie mich mit einer kleinen Anekdote, natürlich schrecklich erfunden, abschließen. Sie betrifft das Ende von Eschelos. Eschelos nimmt eine Ausnahmestellung unter den Dichtern der Welt ein, weil er, soweit ich weiß, der Einzige ist, der sein Ende durch eine Schildkröte fand. Diese Schildkröte befindet sich in den Klauen eines Adlers. Der Adler schwebt irgendwo im freien Himmel. Eschelos ist nach draußen getreten, er braucht Inspiration. Griechische Dichter brauchen Inspiration draußen, die europäischen und die deutschen Dichter, die gehen lieber ins Kämmerlein. Der Adler kreist und kreist und merkt, er kriegt den Panzer der Schildkröte, die er gefangen hält, nicht aufgeknackt. Und also sucht er nach einer Lösung und sagt, ein Stein wäre gradrecht. Und der Adler blickt nach unten und unten läuft Eschelos. Eschelos hat natürlich eine Glatze von dem vielen Denken. Und jetzt denkt der Adler, aha, da unten ist ein Stein, lässt die Schildkröte fallen. Voila, das Ende eines großen Dichters. Und Eschelos stirbt und hat kein letztes Wort auf den Lippen, auch das ist außergewöhnlich. Er stirbt und hinterlässt uns nur ungeheuer berührende, erregende Theaterstücke und den Schlüssel zur Weltliteratur. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020